Profil-Podcasts Willkommen zum Super Tuesday, dem Profil-Podcast zur US-Wahl 2020. Mein Name ist Robert Dreichler und ich bin Christoph Zotter. Hallo. Wir sind eine Woche nach der ersten Vorwahl in Iowa und die Lage sieht schon ein bisschen anders aus als noch vor einer Woche, obwohl, absurde Situation, wir in Wahrheit noch nicht mal ein Endergebnis haben. Es sind gleich zwei Dinge, über die wir reden sollten oder müssen. Warum ist die Situation so absurd und warum haben wir kein Endergebnis? Und die andere, was war denn die große Überraschung? Also ich würde mal mit der Überraschung anfangen. Die Überraschung ist, dass Pete, und du musst den jetzt aussprechen, wir haben vorher besprochen, dass ich ihn mehr Pete nennen werde, weil der Nachname so kompliziert ist, aber Robert Dreichler ist ein Fachmann. Er heißt Pete Buttigieg, wobei er selbst auf seinem Twitter-Account versucht eine Art Lautschrift, damit man weiß, wie man es aussprechen soll, und er verwendet als gewissermaßen Lautschrift die Worte Boot, so wie der Stiefel, und Edge, die Ecke, und nochmal Edge. Also wenn man dem folgt, hieß er es Boot-Edge-Edge. Und der Name kommt aus dem Maltesischen, denn Pete Buttigiegs Vater ist ein Einwanderer aus Malta. Und wenn man es sich anhört, es gibt so Lautbeispiele im Internet, dann klingt es eher wie Buttigieg, und er selbst schreibt aber eben auf Twitter Buttigieg. Also man hat ein bisschen Spielraum, und es ist aber ein guter Grund, weshalb die meisten Leute ihn Mayor Pete nennen. Mayor deshalb, weil er Bürgermeister einer Kleinstadt, würde man sagen, 100.000 Einwohner, South Bend in Indiana war. Und genau daran werde ich mich auch halten und ihn Mayor Pete nennen. Und Mayor Pete ist die große Überraschung der Vorwahl in Iowa. Aber er hat entweder vermutlich knapp gewonnen, oder wird sehr knapp Zweiter. Matcht sich dann mit Bernie Sanders, einer der Mitfavoriten eigentlich in diesem Rennen. Und die zweite große Überraschung ist, dass Joe Biden, Mitfavorit auf nationaler Ebene, sehr stark abgestürzt ist und an vierter Stelle gelandet ist. Was logischerweise, denken wir, zusammenhängt, oder? Es gibt, wenn man so will, zwei Sets von Kandidaten. Es gibt die Linken und die Zentristen. Die Linken-Kandidaten sind Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Zwischen den beiden hat Bernie Sanders eindeutig jetzt die Nase vorne. Und wenn einer aus einem Feld oder aus einer Strömung mal die Nase vorne hat, dann ist die Gefahr für den anderen oder für die anderen in dem Fall immer groß, dass sich alles hin zum Favoriten bewegt. Also für Elizabeth Warren wird es bei den nächsten Vorwahlen jetzt sehr darauf ankommen, kann sie das noch irgendwie gut machen oder schwingt sie langsam runter. Das andere Set an Kandidaten, die andere Strömung, sind Joe Biden, der ein zentristischer Kandidat ist und der als Favorit galt. Die ganze Zeit war er vorne in den Umfragen. Und Pete Buttigieg war so der gewissermaßen der kleinere der zentristischen Kandidaten, der noch in dem Quartett der vorneliegenden dabei war. Nun scheint sich diese Umfragenlage, die auf das ganze Land bezogen so aussah, nämlich dass Biden vorne liegt, nicht ganz zu bewahrheiten. Beziehungsweise, wenn einmal gewählt wird, so wie in Iowa, und sich herausstellt, Buttigieg liegt einiges vor Biden, dann kann sich das natürlich auch im ganzen Land verändern. Und die Leute können sagen, Moment mal, warum Biden, warum nicht Buttigieg, Buttigieg, der viel jünger ist, vielleicht auch ein interessanterer Kandidat. Also da spielt dann vieles mit. Und genau diesen Trend sieht man eigentlich auch für die Vorwahl, die heute stattfinden wird, nämlich in New Hampshire, wo Mayor Pete in den Umfragen nach oben geht und Joe Biden sehr stark nach unten. Also dieser Trend dürfte sich durchsetzen. Das ist natürlich ein Phänomen. Sehr viele Medien schreiben jetzt über Mayor Pete, was sie vorher nicht so sehr getan haben. Dadurch gewinnt er mehr Aufmerksamkeit, mehr Profil und mehr Leute können sich das überlegen. Die große Frage wird allerdings sein, Iowa und New Hampshire sind für amerikanische Verhältnisse sehr homogene Staaten. Das sind weiße Arbeiterschicht. Die Frage ist, wie Mayor Pete in diverseren Staaten sich behaupten wird und ob es ihm gelingen kann, wirklich ein ernsthafter Herausforderer zu werden. Führt man es ein, dass der allerdings auch schon sehr alt ist. Also es könnte sich ein sehr interessantes Duell zwischen einem sehr jungen, eher unbekannten Moderaten und einem wirklichen eher linken Urgestein der amerikanischen Politik ergeben, wo noch nicht ganz klar ist, wer da am Ende die Nase vorne haben könnte. Vielleicht ein paar Dinge zu Pete Buttigieg. Eine Zeitung hat ihn mal genannt, den interessantesten Bürgermeister, von dem Sie noch nie gehört haben. Kein Mensch kennt den Bürgermeister von South Bend, der er war. Jetzt ist er Präsidentschaftskandidat, jetzt wird er bekannt. Und er hat eine tatsächlich interessante Lebensgeschichte. Auch eine politisch relevante Lebensgeschichte. Also er ist Kind von Einwanderern. Er ist Christ, ursprünglich katholisch, hat sich dann dem anglikanischen Glauben zugewandt. Gleichzeitig ist er bekennend offen homosexuell. Auch mit einem Mann verheiratet, was es tatsächlich unter den Präsidentschaftskandidaten bisher nicht gab. Und, man kommt noch dazu, er hat in Afghanistan gedient. Er war, ich glaube, sieben Monate Soldat in Afghanistan. Das heißt, das sind jetzt wirklich Teile einer Biografie, die man selten in einer Person findet. Dazu hat er noch eine interessante Autobiografie geschrieben. Sehr gut, sehr gut geschrieben. Das heißt, das ist schon ein tatsächlich interessanter Kandidat. Sein bisheriges politisches Problem war, dass er bei den afroamerikanischen Wählern durchgefallen ist. Zumindest in den bisherigen Umfragen. Da wiederum war Joe Biden sehr weit vorne. Und da ist jetzt natürlich die Frage, kann Buttigieg das jemals aufholen? Können ihm die Afroamerikaner zufliegen, die ursprünglich bei Biden waren? Und es gibt auch noch eine andere Komponente, die wir morgen auch wieder nicht beobachten können. Nämlich Michael Bloomberg ist im Rennen und keiner weiß genau, wie sich das auswirken wird im Gesamten. Was glaubst du? Bloomberg steigt erst ein im Super Tuesday. Er hat seine Kandidatur so spät bekannt gegeben, dass er sich nicht mehr anmelden konnte, gewissermaßen, als Kandidat für die frühen Bundesstaaten, in denen die Vorwahlen stattfinden. Er steigt am Super Tuesday ein und er macht flächendeckende Werbung in den Staaten des Super Tuesdays. Das kriegen wir natürlich nicht mit. Das kriegen die Leute mit, die dort leben. Und er hofft, dass er am Super Tuesday plötzlich strahlend durchschlagen wird. Was dafür spricht, ist, dass das bisherige Feld immer noch unklar ist. Immer noch auch zerstritten, wenn man so will. Also es gab scharfe Kontroversen zwischen Biden und Buttigieg. Scharfe Kontroversen zwischen Buttigieg und Sanders. Auch zwischen Sanders und Warren. Und Bloomberg könnte so plötzlich als der, wenn man so will, einigende, bisher unangepatzte Kandidat dastehen, der möglicherweise am Super Tuesday gut abschneidet. Das ist jetzt die Theorie, die Bloomberg, der frühere Bürgermeister von New York, am liebsten so sehen würde. Ob das klappt, weiß keiner. Auf die erhofft, auf jeden Fall. Genau. Es gibt auch noch eine andere Entwicklung, die durch das Chaos in Iowa ein bisschen hervorgerufen wurde. Das ist, dass die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit einer sogenannten Contested Convention etwas gestiegen ist. Contested Convention heißt, dass die Demokraten bei ihrer Versammlung mit einfacher Mehrheit an Delegierten sich für einen Kandidaten entscheiden können. Wenn sie keine Mehrheit haben, dann wird bei dieser Versammlung, die im Sommer stattfinden wird, noch einmal gewählt und versucht, eine Mehrheit zu finden. Im Moment, wenn man nach Statistikportalen in Amerika geht, ist die Chance, dass es zu so einer Convention kommt, zu einer Contested Convention, eins zu vier. Mittlerweile werten Statistikportale die Chancen von Joe Biden, nominiert zu werden, geringer als die, dass es eine Contested Convention gibt. Also da können wir auch noch mit Spannung drauf schauen, auch in Bezug auf Michael Bloomberg. Genau, da sind wir jetzt sehr weit voraus. Aber tatsächlich, das Feld ist zerstritten. Ein Kommentator hat geschrieben, die große Frage wird sein, werden die unterlegenen Kandidaten und auch die Anhänger der unterlegenen Kandidaten so weit Loyalität beweisen, dass sie dann tatsächlich den siegreichen Kandidaten oder die siegreiche Kandidatin unterstützen. Es sind die, ich meine, es ist klar, dass bei Vorwahlen es auch zu einem Schlagabtausch kommt. Dennoch, die liegen zum Teil politisch weit auseinander und man sollte meinen, Donald Trump als der große Feind der Demokraten, als der große, große Gegner, wird die dann schon einen. Aber die Kontroversen sind beachtlich. Diese Contested Convention, das wäre natürlich ein, wahrscheinlich unangenehm für die demokratische Partei. Das heißt, keiner hat die absolute Mehrheit der Stimmen. Keiner erreicht das Quorum, das es erfordert. Und plötzlich werden die Delegierten dann frei zu stimmen, für wen sie wollen. Und eine solche Convention ist unvorhersehbar. Ich meine, der Start, Iowa letzte Woche, war ja auch, weil du sagst, unangenehm für die Demokraten. Das war äußerst unangenehm. Einfach, weil da sehr, sehr viel schiefgegangen ist. Du hast da letzte Woche mit dem Kollegen Martin Staudinger schon ein bisschen darüber gesprochen. Über die Woche hinaus hat sich noch ein bisschen weiter ausgebreitet, was da alles schiefgegangen ist. Da geht es um wirklich einfachste Dinge, wie dass Finanzdirektoren für die Wahlkommission keine Google-Spreadsheets ausfüllen konnten. Dass das wirklich verschiedene Abläufe nicht funktioniert haben. Wie sehr schadet das den Demokraten? Das wird wahrscheinlich bei jeder Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump, wenn der mal richtig einsteigt, zum Thema werden. Der wird sagen, diese Leute wollen unser Gesundheitssystem auf den Kopf stellen und schaffen es nicht mal in einem Staat, der drei Millionen Einwohner hat, eine popelige Vorwahl abzuhalten. Eine Woche nach dem Wahlgang gibt es keinen bestätigten Sieger. Es gibt jetzt das Begehren vom Wahlkampfbüro von Sanders, dass einzelne Distrikte nochmal ausgezählt werden, denn er glaubt, dass er tatsächlich Buttigieg überholen kann. Das ist alles extrem peinlich und das wird bestimmt noch ausgeschlachtet werden von der Gegenseite. Trump hat es bereits gemacht, aber das wird sicher noch... Das Faszinierende ist, dass es auch nicht das erste Mal war. Also 2016 schon hat Bernie Sanders gegen Hillary Clinton in Iowa beanstandet, dass es Auszählungsfehler und Probleme gab. Er ist dann weitergezogen und hat Iowa zwar knapp verloren gegen Clinton und in New Hampshire gewonnen. Es gibt diesen Spruch, man sagt, Iowa picks Krohn and New Hampshire picks President. Ist New Hampshire eine Vorentscheidung? Ich glaube es nicht. Dazu ist das noch alles zu unübersichtlich. Ich glaube nicht, dass ein Staat, der auch nicht groß ist, New Hampshire, das jetzt dann so vorentscheiden kann. Dazu ist noch viel zu viel im Unklaren. Also Biden ist zwar ein bisschen abgestürzt, Sanders kommt hoch, Warren ist ein bisschen weg, Bloomberg weiß man noch nicht. Buttigieg ist der Überraschungskandidat. Aber das ist jetzt alles noch sehr, sehr filigran auch in den Details. Eine Anekdote finde ich noch ganz lustig. Pete Buttigieg war natürlich ein hochbegabter Schüler und hat als Schüler war einmal an einem Redewettbewerb teilgenommen und hat sich ausgesucht damals einen Politiker, über den er eine Rede hielt. Mit der Rede hat er auch gewonnen. Wurde eingeladen und herumgereicht. Hat Kennedy, mehrere Mitglieder der Familie Kennedy kennengelang. Und der Politiker, über den er damals die Rede gehalten hat, war... Jetzt muss ich raten. Ich weiß das nicht. Bernie Sanders. Ah. Das heißt, Bernie Sanders war damals schon einer der unabhängigen Senatoren. Buttigieg hat über ihn eine Rede gehalten. Mittlerweile sind die beiden anderen nicht mehr so grün. Aber die Karriere, wenn man so will, als Redner hat Buttigieg mit Sanders begonnen. Daran sieht man auch ein bisschen die Altersverhältnisse. Und das war eine Fanrede an Bernie Sanders? Er hat ihn in den höchsten Tönen gelobt, ja. Das würde er heute aber vermutlich nicht mehr tun, weil er heute eher Moderator ist, vor allem in der Wirtschaftspolitik. Er würde es deutlich abschwächen. Er ist politisch auch, steht da weiter in der Mitte und Sanders weiter links. Buttigieg hat auch Hillary Clinton endorsed, also Hillary Clinton unterstützt, als das Rennen zwischen Clinton und Sanders. Er wäre wahrscheinlich der jüngste West-Präsident der Geschichte. Da hast du mich jetzt am falschen Fuß erwischt. Buttigieg ist 38. Ich vermute, er wäre der jüngste US-Präsident, aber ich weiß es nicht. Sein, das wäre jedenfalls der älteste, wenn er Präsident würde. Wir checken das bis zum nächsten Mal. Wir finden das raus für Sie. Genau, wir checken das und am nächsten Super Tuesday. Bis dann. Danke für uns.